Hallo und herzlich willkommen zurück zur Transportüber Europa-Kampagne hier im zweiten Missionsszenario. Wir sind wie immer dabei die Güter per Schiff von der Stahlmüllungsbaustelle so rum. Und hier ist schon das erste Schiff und das dürfen wir jetzt gleich nicht vergessen zu starten. Da haben wir nämlich genau etwas dort hinten müssen wir mit dem jetzt fahren. Hey, ich schaukel die Gefahr. Und ganze 20 kmh hat er drauf. So schnell gleich. Und wie viel Schiff ist das ne? Das ist das normale. Ah, jetzt war ja gleichzeitig los. Das ist hier ja schon 35 Stahl beladen. Wir fahren mit dem damit es nicht so langweilig wird. Dieses Spiel hier ist ein sehr interessantes Spiel. Finde ich aber besser. Deswegen wäre ich eigentlich immer dabei, wie da ein Train-Fiber-Letsplayer war. Komm wieder. Schön. Jo, und nebenbei ein Transport-Fiber-Letsplayer. Ich versuche mich jetzt auf diese zwei Genres zu konzentrieren. Einmal Wirtschaftssimulation, Simulation, Strategie sowas und Politikleben. Das ist alles irgendwie, ja. Irgendwie alles ein Haufen. Politik der Kuhl ist anders als das hier. Aber Politik der Kuhl ist ein guter Strategiespiel. Denn Kai hat irgendwie eine Wirtschaftssimulation. Das hier ist eine Wirtschaftssimulation und man muss auch ganz viele Strategien anwenden. Deswegen kann man das schon fast als Strategie zeigen. Ist es aber nicht. Weitlich. Aber, wenn man die Definition ändert und einfach nur Wortbedeutung von Simulation nennt. Oh Gott. Soll ich noch mehr Haupttransportieren von der Mission. Holy McCrory. Was produziert er denn? Ja, sorry. So, die Vektoren muss ich natürlich auch abtiefen. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr auf der Stahllinie. Oh, auf der Herzlinie. So. Und wo werden jetzt hier Werkzeuge gebraut? Bei Industrie oder bei Gewerbe? Wahrscheinlich nicht zu. Ne, tatsächlich bei Einkaufsmöglichkeiten. Wo sind die Einkaufsmöglichkeiten? Das sind die. Ja. Haben die ja geändert. Das ist wirklich ganz komisch. Das ist die Depthaltung. Eins. Und. Ach, übrigens gab es ein Abdeck, ne? Hab ich noch gar nicht gesagt. Das ist aber. In der Städte. Ich hab auch noch eine große Städte. Der war nur in der Industrie. Zwei. In der Städte. Die Eisenstahl Linie. Von. Von. Der Wingste. Das ist die Eisenstahl. Werkzeug Pospa. Die Werkzeuger 1. 1, 2, 3, 6 Da er jetzt noch mehr belasten muss, kommen noch mal auf Eisenstein zu 2 Fahrzeuge Da kommen wir wahrscheinlich vom selben Terminal Nee, nicht mehr Noch einmal, es kam dem neuen Update mit dem Zug Eines der vier neuen Features Der holst mich jetzt gut Der wird auch etwas nerviger machen Ah ja Direkt wenn er jetzt abgeladen hat Dann lädt er hier Voll 35 Stück Das wird nicht nach Tiefdruck Lieber mal nochmal 300 Stück Die beiden verkaufen Nimm den in die Kunden weg Der 2 soll schon noch vorzucht werden Cool ist genug da Ah, gerade am Eisen Na gut Würde ich bloß machen Ein Binnen Ein bisschen Warten mal ab und an Pop Wo ich hier rück Ah, mehr auch nicht Die Edinburgh könnte sich vielleicht lösen So Und das ist eine sehr große Steine So Müsst du alles an Bitte Das ist eine Eine Edinburgh muss Also Halt Irgendwie E3 2 Vielleicht mal ist komplett falsch Aber Nur Rödeswert Wenn du wieder Kommt hier noch In den nächsten Bus Die Wings W-Wings Ja Jo Eine, zwei, drei, vier Jetzt haben alle Stecher einen Bus, außer ... ne, Kalkalzy noch nicht. Hier ist jetzt da lang und da ist klar, alles klar. Alle Sachen. Ah. Ah. Was ist hier? Kokodi. Ich versuche verzweifelt, irgendwie Geld zu kriegen. Habe zweifelt, aber es reicht nicht. Weit. Oh, ich muss noch einer laufen. So haben wir. Auf jeden Fall. Oh. 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 Und wickle ich wieder. Irgendwann machen wir nur ein. Warten, Eisen, Stahl, Werkzeuge. Alles was wir stiehen. Wir machen es heute wie gesagt. Selten wir die obligatorische Popen, was hier einhalten sind. Diesmal nicht mal. Umguck. Schlimm schlimm. Ich bin nie voll. 2 muss eingefördert werden. Ja, leider schwer. Da kommt grad wieder Kohle zurück an. Ich mag voll. Da ankommt wieder halb voll. Ne, passt voll mein ich. 46, 223. Diesmal in die andere Richtung. Wir haben ja nichts besseres zu tun. Außer zu warten. Zu warten. Aber ich werde das auch nicht rausschneiden. Da hat man sich jetzt irgendwo gefunden. Können wir noch mal Fragezeichen zurückgeben. Geht doch was für Strafe? Ne. Ich denke es war sehr suboptimal auf das Schiff zu steigen. Aber da sind wir direkt diese Mission. Wir waren noch 25 Winterpunkte an Bord. Und sonst ist 0. Oh Gott, das ist so schlimm. Ich hab nicht gedacht. Ach ne. Ach. Falsche Richtung. Hä. Ich hab schon gedacht, dass das hier ab 2 Gung war. Und das da ab 2 Gung war. Warte, egal. Ich weiß was mehr. Irgendwann war es 27. Jetzt nicht auf 26. Irgendwann zu 27. Ganz über Bord geworfen. Ein Stück Stahl. Dann gab es das. Dann ist die Mission erfüllt. Dann ist die Mission erfüllt. Dann ist das da. Dann ist die Mission erfüllt. Die Brücke ist vollendet. Nun müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Leute der Konstruktion trotz des Desasters am Tai auch trauen. Je öfter die Brücke überquert wird, desto zuverlässiger wird sie wirken. Bis zum nächsten Mal. Dann ist die Zinshorn. Dann ist die Zinshorn. Dann ist das jetzt noch so schön. Ich bin dran. Man kann es nicht! Die Bühnefon. Wenn die Zinshorn baut, wo auch immer dann gut. O. Ich bin dran. Ja! Braucht hier extra noch eine Busseite stelle direkt am Bahnhof. Oh, noch von da, oh, noch dann von da, ne? Ja, okay, okay, scheiße. Äh, halt. Die steht schon. Ne, doch. Ah, hier in dem Umkreis der nicht war. Gut. Dann baue ich den. Möglichst weit oben, würde ich sagen. Baue ich Bustransfer. Dann verlege ich die Busseite. Blasenbau ist zwar teuer, aber noch teurer ist der Schienenbau. So. Kurt Paldi. Machen wir erstmal Farbe ändern, das geht ja auch gar nicht. Gelb ist ja in der Nähe gelb kann man perfekt sehen. So. Du startest bitte. Bahnhof. Dann kannst du von mir ist ja wieder weg halten. Dann hältst du. paar Pabellenweg. 10. 14. 1. 5. 5. 2. 5. 5. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 5. 1. 2. 26 Sekunden nach kann man noch mehr zu Sicherheit noch mal ein Fahrzeug und die 1000 Annabelle also ausweichen klar aber auch gleich zu Ende hier vielleicht ich verlängere glaube ich einfach die Post nicht mal oh ne, hier ist es so schlechtes Dach verlängert die Mil so haben wir jetzt auf der anderen Seite 1.500 verschwendet aber das ist ja nicht so wo marktplätzen aushält er danach hier haben wir die Bergstraße ja eigentlich wäre jetzt der Marktplatz komplett überflüssig aber das dauert nicht oder Preis da ist Rohrat ja, wir haben noch zu tausend zu laden ich gehe mal einmal in der Bergstraße schneller geht sehr liniarisch Grafikbugs heilige Muttermario und Dose okay ich beende dann mal lieber die Folge ich krieg grad an seiner Spieleabschluss bei solch gar nicht was auf allem sieht dann auch nicht wirklich schön aus okay tschüss bittes tschüss